Zunächst mal halte ich den Gedanken von Ampfiff ins Leben für sehr wertvoll. Es ist ein guter Mix aus Sportförderung. Das ist der ganzheitliche Ansatz, den wir eigentlich im Prinzip brauchen. Schule, Beruf, Soziales. Insofern ist es ganz, ganz wichtig, Perspektiven zu vermitteln. Dass wir tatsächlich mit uns viel bewegen können und dass wir auch Menschen bewegen können. Wir als Sparkasse geben auch sehr gerne Praktikumsplätze, damit junge Menschen sich mit ihrem zukünftigen Berufswunsch auch vertraut machen können. Ich finde das ganz toll, dass letztendlich die Jugendlichen mit diesem Projekt jetzt schon vor der eigentlichen Entscheidung einfach die Chance haben, etwas kennenzulernen. Hier haben wir jetzt die Verbindung zum Sportmarkt hüpfen können und das war für uns interessant. Da sind wir in kleinen Schritten eingestiegen und es macht total Spaß. Ich habe über den Sport, glaube ich, sehr viel gelernt und mitgenommen, was mir dann auch im privaten Leben genutzt hat. Und beides miteinander zu verbinden, halte ich für eine tolle Sache. Ich bin 100 Prozent davon überzeugt, dass diejenigen Menschen, die in einem Mannschaftssport aktiv sind und lernen, gemeinsam Ziele zu verfolgen, dass das wunderbare Teamplayer sind. Man muss in irgendeiner Form über das spielerische Element, über die Praxis, über Kombination versuchen, den Jugendlichen dafür zu interessieren. Dass die eben auch mit Leidenschaft und ehrlichen Enthusiasmus dabei sind. Wie viele von den sportbegeisterten Jugendlichen werden mal Profisportler, wo es sich auch mal lohnt. Also von daher ist es schon gut, wenn man auf die Ausbildung Wert legt. Und dieses Hineinschnuppern und Kennenlernen hilft doch wirklich bei einer richtigen Entscheidung dann für eine spätere Berufswahl. Jugendliche werden ja dadurch auch wieder motiviert, nicht nur im Sport Hochleistungen zu bringen, sondern natürlich auch im Beruf. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Arbeit, die hier an Pfiff macht. Deshalb sind wir hier als Partner auch sehr gerne dabei, ja schon seit vielen Jahren. Und dass diese vielen Unternehmen sich hier im Rhein-Neckar-Raum daran beteiligen, ist natürlich optimal. Weil wir gemeinsame Verantwortung für die jungen Leute haben, wir sie aber auch dringend brauchen. Und das macht einfach Sinn, was man hier tut. Auch eine Bestätigung für mich, dass es richtig und dass es gut ist, bei Ampfiff ins Leben dabei zu sein, Aufstiegshelfer zu sein. Und genau aus dem Grund würde ich es auch jedem anderen Unternehmen empfehlen, sich zu überlegen, in der einen oder anderen Art Ampfiff ins Leben zu unterstützen. Umso mehr Chapeau für Ampfiff ins Leben und für die Aktion. Ampfiff ins Leben Ich möchte mich ganz, ganz, ganz arg bedanken. Das war ein toller Tag. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel dazugelernt und habe mal so einen neuen Einblick in diese Welt bekommen. Ich möchte mich ganz, 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 ganz. Untertitelung des ZDF, 2020